Was ist denn da los? Irgendwie holst du die KI gerade kräftig ab. So, ich musste gerade ein bisschen verwirrt fahren. Looten kann ich gerade nicht. Da wir gerade bluten. Aha. Noch einen haben wir übrig. Fuck. Toll. Und Alice ist natürlich nicht da. Schön. Und der reiche Bauer, dem ist kurz übel. So, eine Begegnung kriegen wir nicht mehr hin. Äh, ja. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Da liegt schon wieder Loot, aber ich kann nichts aufnehmen. Wenn jetzt Alice sagt, sie ist schneller als ich gewesen, dann hau ich sie aber, du. So, Herr reicher Bauer, geht's Ihnen auch noch gut? Jetzt rennen wir noch in die Karre, hör mal. Also, es ist... Kann ich hier hupen? Wo kommt die denn jetzt schon wieder her? Hä? Aber weißt du was, gute Dame? Nein, wir können nicht gehen. Ich hupe hier erstmal, hör mal. Oh Gott. Hören wir uns mal eben hier um. Hängender Grog. Gogo. Hallo Reisender. Hast du heute Arbeit für mich? Verzagt, ich bin am falschen Ort. Das stimmt jetzt gerade auch mal. Ein Reisender? Verrate ich dir, wo er den Krankenhaus findest du kannst? Ich komme später noch einmal zurück. Ich mache es gerade ein bisschen schnell. Nicht genug Laderaum. Hör mal, kann ich hier irgendwas abgeben? So, wir brauchen Geld. Kann ich den mit draufhauen? Kann ich kaufen? Hör mal. Das Maschinengewehr. Na, der ist ein bisschen besser als unserer. Komm, ab damit. Wir müssen uns sowas von reparieren, hör mal. Da kannst du was für. So, bevor es jetzt weitergeht, wird jetzt mal gespeichert. Das ist es. So, komm. Mike 1 wieder. Echt? Wo ist die Alice jetzt schon wieder hin? Also, die Alice, die fährt, hör mal. Ich dachte, ich bin schlimm im Fahren. So, den Bauern, den müssen wir noch haben. Wir fahren gleich nochmal hier zurück. Das habe ich damals im ersten Spiel, was ich gemacht habe, nicht gemacht. Im Let's Play haben wir es auch nicht. Und dann ist aber Schluss für heute erst mal wieder. Weil ich muss die Platte leer rendern. Ich bin doch gerade ein bisschen, hatte mal, da fährt einer. Ich hoffe aber, dass das jetzt kein Gegner ist. Karawane. Ich bin mal gespannt, wie neue Waffe ist. Ja, ich grüße dich auch. Aber wo ist die Alice schon wieder? Ist mir jetzt scheißegal. Ich warte nicht auf die gute Dame. Die fährt bestimmt wieder kreuz und quer hin und her. Und wenn die jetzt wieder meint, hey, du hast aber lang gebraucht. Du kannst ruhig schneller fahren. Ich habe es eilig. Bezahle einfach nur aus meinem Wagen. Ich werde einen schönen Fahrer finden, der mich zurück nach Source fährt. Mann, du bist ein echter... Ey, das kommt mir so bekannt vor. Das hatten wir doch bei Hard Rock Apokalypse auch gehabt. Äh, Quatsch. Äh, bei Rickenroll. Ich sage nur, die gute Wiese Twixie, ne? Als wir die Wahlmission gemacht hatten. Oh Mann. So, jetzt bin ich hier. Und du? Tank, Größe, Laderkapazität. Man kann die später auch aufrüsten, aber später erst. Das machen wir jetzt noch nicht. Aber davon ab. Ich habe mich gar nicht vergewissert, ob wir überhaupt, ähm... Das haben wir erledigt, okay. Aber wo ist die Alice, die gute? Ich habe... Moment. Hä? Apropos, wo müssen wir hin? Wir sind jetzt hier. Moment, jetzt bin ich ganz verkehrt gefahren, ne? Aber zumindest haben wir den Bauern abgeliefert. Ja, ich grüße dich auch. So, ich will aber jetzt nicht mit der Waffe hier rumballern, weil wir, das könnte man falsch interpretieren. Warum müssen die jetzt da oben, die Lernerstadt? Okay. Das war jetzt die Quest vom Bauern gewesen, aber die haben wir rausgeschmissen. Aber wir haben es erledigt, okay. Na gut, dann sind wir heute ein bisschen krumm und schief gefahren. Ich wollte doch sagen, das sah letztes Mal ganz anders aus, wo wir hin müssen. Nein. Also, da hat die Alice dann recht, wenn sie sagt, wo bleibst du? Ach, nee. Hä? Er hat doch gerade angefangen mit der Kampfmusik und dann get ready to rumble und weg waren sie. Und ich habe auch nichts auf der Karte gesehen. Ja, Bug, lass mich, äh, Bug, 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 Bug schlägt wieder zu. Der gute Bug. Nicht zu überwachsen mit Bug Rogers. Haha. Ja, ich, ja, okay. Diesmal hat Alice allen Grund, ähm, ein bisschen wütend zu sein. Okay, letztes Mal hat sie dann ein bisschen damals, ihr wisst noch hier, wo sie die Berge hochgefahren ist und die Feinde gesucht hat. Das letzte Lit Show. Oh, Mann. Jetzt ist sie hinter uns? Äh, irgendwie, ich weiß nicht. Moment, wo hat er uns jetzt abgesetzt? Jetzt wird ein gefeuert. Auf wen denn? Was ist das denn? Wow. Also, da mussten wir jetzt auf Teamwork gehen, hör mal. Ey, zum Glück haben wir die neue Waffe, äh. Alice, was machst du denn schon wieder? Also, die, die Weg... Die Wegfindungsroutine von den... Von der KI ist ja einsame Spitze. Wow. Aber da bin ich ja froh, dass wir... Äh, Alice, was hast du vor? Nee, ist klar, Murat. Ich bin dein Freund. Alice. Ey. Wurde dir einen Führerschein gemacht? Wurde die Britter durch die Britter wieder durch? Junge, 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 Junge. So. Wollte doch sagen, das geht doch flitzen mal noch. Alli, Alice? Da komm ich her, da komm ich her. Aus Gluko. Es geht um mich, um zu sagen. Wie kann ich da kommen? Es ist im Norden. Es ist genug, aber es gibt keinen direkten Weg. Wir müssen wieder nach dem Süden gehen. Ich bin zufrieden, deinem langen Auto zu folgen. Von jetzt auf gehe ich allein. Hier ist dein Reward. Tschüss. Was? Wie? Jetzt? Hinter einem langsamen Truck? Warte mal, du bist doch wieder... Ja, also die Alice, hör mal, also... Die hat mich doch ausgebremst jetzt gerade. Sie ist so schnell. Ich muss nach Hause gehen. Nein, sie ist nicht schnell. Sie ist so irgendwie blöd, Auto zu fahren. Aber du hast recht, sie ist immer schnell im Graben, also... Ah, okay. Wir müssen aber wieder Reparatur machen. Wo ist die andere Stadt? Da hinten. So, wir reparieren den Truck noch eben. Dann fahren wir mal zurück nach... Und eigentlich... Nach Hause müssten wir eigentlich theoretisch. Aber ich sag, es ist schön, dass wir die Knarre hier haben. Die habe ich damals im ersten Spiel nicht gehabt. Weil ich spiele jetzt gerade schon wieder anders, als bei... Damals vor... Ewigen Zeiten, wo ich es zum ersten Mal gespielt habe. Und auch als wir es zum letzten Mal zusammen angefangen haben. Kann ich hier rufen? Ich muss schon ein paar Sachen verkaufen. Bisschen Geld einnehmen. Und ich muss den Wagen wieder reparieren. Also, wenn das so weitergeht, hör mal. Bakamba Turtle nennt sich das hintere Ding. Aber mehr kann man hier auch noch gar nicht. Wir haben jetzt ein Spectra. Gucken, was wollen die noch von uns? Hallo Reisender, Neuigkeiten? Das ist schade, ne? Ich komme später wieder vorbei. Okay, was war mit ihm hier? Ich bin ein alter... Ach, das ist eine neue Geschichte. Ich bin ein alter Soldat. Die Münzen erzitterten früher, wenn sie meinen Namen hörten. Die Münzen? Nein, die Menschen. Entschuldigung, ich habe hier auch Münzen gelesen. Das ist aber alles vergangen vergessen. Nun sitze ich hier und erzähle Geschichten für Geld. Zehn Münzen für eine kurze. Ein Versuch ist es wert. Achte auf deinen Treibstoff, mein Freund. Wenn du mitten im Nirgendwo stehen bleibst, bist du so gut wie tot. Betrüger, das weiß ich doch schon längst. Oh Mann. So. Oh. Wir fahren jetzt erstmal zurück zu... Wo ist das denn überhaupt? Gucken, müssen wir nicht. Ich will hier hin zurück. Okay. So geht das. Mit rechter Maustaste sitzt man übrigens den... Warte mal eben. Ich wollte noch was anderes lesen. Aber erst speichern wir eben nochmal. Und dann wollte ich nochmal eben kurz hier ein Buch lesen. Wir hatten noch ein Buch gekriegt. Die Masken. Manche Menschen fragen sich, warum wir Masken tragen. Die Antwort ist einfach, um zu leben. Die Luft unserer Welt ist verseucht, sodass ein einziger ungeschützter Abzug den stärksten Mann töten würde. Die Katastrophe forderte viele Menschenleben, bevor die Masken erfunden wurden. Deswegen haben wir von allen Wesen auf unserem Planeten nur wir, die Menschen, überlebt. Echt? Echt? Nur die Menschen, keine Tiere? Heutzutage existieren keine Narren mehr, die ihre Schutzmasken abnehmen und die tödliche Luft einatmen würden. Doch früher gab es solche Leute. Natürlich sind sie alle gestorben. Echt? Es gibt auf der Erde keinen einzigen... Echt? Hier steht von allen Wesen auf unserem Planeten hat nur der Mensch überlebt. Was ist mit den Kakerlaken und so? Ich meinte, es gibt doch auch noch Lebewesen, die ohne... Es wird dunkel. Kann man Licht einschalten? Ja, geht auch. Okay. Ähm, die zum Beispiel keinen Sauerstoff benötigen. So. Dann wollen wir mal hier landen. Das machen wir eben noch dicht hier. Und dann geht's heim zum Papi. Der wartet schon lange auf uns. Aber warte mal, hier war noch... Da fahren wir später hin. Das ist hier... Wie nennt sich das Örtchen, wo wir grad vorbeifahren? Das ist Zheimka. Okay, dann fahren wir da gleich nochmal hin. Weil da haben wir gesehen, da gab's auch noch ne Story. Das hab ich, äh, alles im... Erstspiel, was ich gemacht habe, nicht gemacht. Aber das versuchen wir jetzt alles besser zu machen. So, und wer es schon gewohnt ist, ja, wir fahren etwas lang durch die Gegend, aber das kennen wir ja schon von Hardtruck, 18 Wheels of Steel, von Rick'n'Roll, von den ganzen LKW-Simulationen und auch von Elite. Moment. Ist richtig, okay. Aber Hauptsache, die Bäume stehen noch, na klar, die brauchen ja auch keinen Sauerstoff, die machen... Ist der da grad baden gegangen? Ja, und ich wünsch dir einen guten... Ich wünsch dir einen guten, äh, einen guten, ähm... Rutsch, hätte ich jetzt fast gesagt, ins Wasser. Das war ja ein Reinfall. Haha. Hä? Wie fahren die denn hier? Äh, Leute! Äh! Sag mal, ist die KI ein bisschen behämmert? Oh, Mann! Da haut doch einer. So, dann mal gucken, was wir hier noch so haben. Und dann geht's ab nach Hause, hör mal. Ja, ich grüße dich auch und rahm mich bitte nicht, ja? Danke. Mensch, ist hier viel Verkehr jetzt. Ja, grüß... Äh, hä? Grüß dich auch, Römer. Äh, äh, hä? Äh, hä? Ja. Ähm, nee. Ja, ja, grüß dich auch da hinten. Äh, und... Wie fahren die denn alle heute? Ja, genauso wie ich, ne? Ich fasse mich nur ein bisschen an. Oh, Mann. Gucken, haben wir irgendwas zum Rausschmeißen hier? Äh, ich muss schon wieder tanken. Das gibt's doch gar nicht. Hier, du... Masken. Sergio, der Händler. Bahrmann. Nee, das war's erstmal. So, und dann... Es ist morgen. Sehr schön. Ähm, da wird sich mein Vater freuen, wenn ich zu spät heimkomme. Hm? Und wir speichern mal wieder. Also hier ist wirklich... Speichern Pflicht. Besonders wegen den vielen Abstürzen. Die wir gerade vorhin mal ein paar Mal hatten. Ah, okay. Turret. Da würde ich mich jetzt nicht mit anlegen wollen. Na dann, ab nach Hause. Also wenn mein... Aber das finde ich gerade richtig geht, dann sind wir jetzt irgendwas mal 40 Minuten aufnehmen. So, halt wie gesagt, ich muss gleich noch hier die Platte leer brennen hier. Äh, brenn nicht, aber leer rendern, weil ich hier noch sehr viele Videos noch habe. Von ihm hier. Wie er nackt mit seiner Freundin. Was ist denn jetzt los? Ach Felix, du schon wieder? Na komm mal her, hör mal. Ich hab jetzt genau die gleiche Waffe wie du. Alter Falter. Erstmal auf Felix, würde ich sagen. Jetzt schieß doch mal, du scheiß Gerät. Ich hab mich gerade entschieben. Erstmal die kleinen, die kleinen hier abhauen. So Felix, und jetzt du. Na warte. Rückzug? Wie jetzt? Die sind doch alle im Arsch. Die müssen bei dir mitfahren, hör mal. Hättest du mir gerade nicht helfen können? Boah, ich bin schon wieder vollkommen im Popo. Wir brauchen einen besseren Truck. So kriege ich ja nie Geld zusammen, wenn ich mir alle zwei Minuten reparieren muss. Warte mal, wer war hier mal eben? Dann reparieren wir uns jetzt hier mal hinten wieder. Boah, Leute. Dann noch mit drei Mann, hör mal. Möchtest du? Ne, will er nicht. Der handelt nicht mit jedem, okay. Okay, reparieren kann ich auch nicht. Schade. Ich bin auch in der Tankstelle. Aber Hup, um die Stadt zu betreten. Ja, super. Kann ich dir was verkaufen? Ne. Damit sind wir pleite. Aber zumindest die Brennnetter löschen können. Ja, dann ab nach Hause. Also Papi möchte eine Überraschung für mich vorbereiten. Da bin ich mal gespannt. Aber er wird ein bisschen fluchen. Und er sieht, dass der Truck ein bisschen im Popo ist. Aber wir haben eine bessere Knarre. Oh, da brennt's. Also, was hat denn jetzt hier? Ne, da ist gerade eine Feder hier durch mein Gesicht geflogen. Im Relife. Ui, ui, das war wirklich ein Zünderempfang. Ein Brennenderempfang, den Power da vorbereitet. Das ist ein Ehrenfeuerwerk für mich, wa? Oh, da hat er wieder mit dem Gasherd rumgespielt. Hör mal. Ich hab dir doch gesagt, du sollst mit dem Gasherd nicht rumspielen. Da ist die Leitung im Arsch. Au, er hat wirklich mit dem Gasherd. Papi, du spinnst doch. Feuerwehr, Feuerwehr. Es brennt, es brennt. Hilfe. Moment mal, aber... Papi... Oh, nee, äh, nee, das war... Oh-oh. I can't believe my eyes. Everybody's dead. What monster could do it? There's only one thing I can do. Avenge. I will find you, murderer. Felix kommt mir grad auch in den Sinn, aber wie war der so schnell vor? Und sie meint es an... Wir haben den Wagen von ihm zerlegt. Wie soll er es geschafft haben? Oh, Mann. Okay. Papi ist tot. Alle sind tot. Felix, das wirst du mir büßen, wenn du das warst. Das heißt dann, wir werden gucken, dass wir... Ich werd dich rächen, Papi. Okay. Wir werden dann zurückfahren nach South. Ist zum Glück noch angegeben. Uns reparieren. Dann werden wir nach Zimka fahren. Und da gibt's noch ein paar Quests, weil wir müssen uns, bevor wir hier unseren Quadranten verlassen können, müssen wir unseren Wagen weiter aufrüsten. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, wenn's dann weitergeht. Ich sag dann mal danke fürs Zugucken. Danke, dass ihr als Beifahrer dabei gewesen seid. Und wir sehen uns dann demnächst wieder, wenn's wieder heißt Hardwork Apocalypse. Das Let's Play wird's unregelmäßig erstmal geben, bis ich genug Vorrat habe an Folgen. Ich hoffe, es gefällt euch. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Mikey. Ciao, ciao. 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 Ciao.